Jetzt sind Sie ja heute in Ehingen, um ein Zertifikat zu überreichen. Was hat es mit diesem Zertifikat auf sich? Das Zertifikat ist erstmal ein Kundenzufriedener Zertifikat. Das bedeutet, der Kunde ist zufrieden. Wir messen das richtig. Das heißt, ein Zertifikat kann einmal ausgehen. Das heißt, sehr schlecht oder schlecht. Aber heute ist wirklich ein ganz toller Tag für uns. Wir haben ein Zertifikat übergeben mit sehr gut an die Frau Baumgärtner, an den Laden Phoenix, an den Salon Phoenix. Ich möchte jetzt noch einmal verbessern. Und das Tolle daran ist, wir haben so ein bisschen Vergleichswerte auch mal durchgemessen und auch schauen können in der gleichen Branche. Wir sind andere Friseurläden, wir sind andere Salons. Und da kann man sagen, wir haben hier einen sehr, sehr guten. Also gehört sicherlich zu den Besten, die wir schon mal ausgewertet haben. Den Besten? In welchen Bereichen? Was gehört so dazu, um der beste Salon zu werden? Service. Also ich möchte es jetzt nicht auf einen Punkt festlegen, weil da gehört viel dazu. Wir wissen alle, wenn wir zum Friseur gehen, da ist sehr viel Subjektivität da. Wir wollen ja nachher rausgehen und uns wohlfühlen, wollen zufrieden sein, wollen glücklich sein. Und das schaffen die hier. Und das ist das, was uns fasziniert natürlich, wenn man in sehr vielen Bereichen Zufriedenheit abholt. Dann heißt das, der Kunde ist aber insgesamt zufrieden. Der Kunde legt es ja manchmal so fest, dass er sagt, ich bin bei einer Frisur nicht zufrieden, wo dann liegt es. Und dann sagt der Preis leistet, dann sagt er, der Service, das Glas Wasser war zu warm oder sonst irgendwas. Aber nur wenn er insgesamt zufrieden ist, dann gibt er insgesamt da sehr gute Noten her. Und das ist da sehr wichtig. Das heißt, wir haben hier ein Gesamtpaket von zufriedenen Kunden und zu super Service. Das könnte man so formulieren. Der Profi natürlich jetzt wird es so formulieren. Ich kann es umständlicher nochmal sagen. Wie sehr freust du dich, dass du heute das Zertifikat bekommen hast? Ich freue mich riesig. Ein riesen Dank geht an meine Kunden und natürlich ein ganz, ganz dicker Kuss und ein Dank an meinem Team. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.